Hi, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Star Stable. Ja, freut mich auf jeden Fall, dass ihr am Start seid. Ich öffne heute alle Adventskalender Türchen vom 1. bis zum heutigen 8. Dezember und ich bin auch schon mega, mega krass gespannt, was eigentlich dort drin ist. Und ich würde sagen, wir fangen bei Paket 1 an und schauen uns gleich einmal alles dann an, was uns so erwartet. Wartet, ich öffne das einfach mal. So, wartet. Was haben wir hier? So, und das heutige Türchen können wir auch noch öffnen. So, ich würde sagen, wir gucken uns erstmal jetzt im Inventar um, was wir bekommen haben. Zum einen haben wir Omas liebste Jahreszeit, einmal diesen coolen Beanie bekommen und dazu die passende Strickjacke. Oh, die finde ich richtig, richtig schön. Schaut mal. Die Farben mag ich auch sehr. Leider ist jetzt gerade ein bisschen dunkel, aber der sieht auf jeden Fall richtig, richtig cool aus. Dann haben wir auf jeden Fall Pferde XP bekommen. Dann haben wir noch Wintermagie bekommen, was auf jeden Fall richtig, richtig cool ist. Und wir haben auch Wintermarken bekommen. Ja, worüber ich mich leider nicht so freue, ist der Apfel, die Möhren und die Mandarine. Naja, wir warten mal ab, aber ich muss sagen, ich finde diesen Beanie und den Pullover wirklich richtig, richtig cool. Und ja, ich würde sagen, das sieht richtig, richtig gut aus. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was in den nächsten Türen auf uns wartet. Und morgen öffnen wir dann auch schon Türchen 9 und dann schauen wir, was noch so kommt. Ich sage erstmal lieben, lieben Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Bye.